So, dank Dani hat er mir jetzt mein schlechtes, schlechtes Englisch hier schön übersetzt. So, jetzt hier ist hier ein ganz neuer Mitglied auf unserer brandneuen Beatbox im Rap Public Community. Hier ist der Kopp Alex, Inhaber und hier ist Dani und der Big Rist hier noch im Channel. Wir haben den 28.3. 2011, der zweite Tag mit der Sommerzeit 0.53, also stellt die Uhr richtig ein. Gut, und hier ist Frisco, amerikanischer, nein, United States sogar. United States, Beatboxer und sein Squatchen ist einfach super. Go, go! Ah, he said my scratch is super, dude. Alright, let's go. Und da, um, unters kaputt, aus zum überhaupt hier sein. Blocks kaputt, los auch kaputt, los auch kaputt. Ja. Very 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 nice. Yeah, great job. Nice nice man, heis Digger. Also wie gesagt, sein Scratchen ist so richtig heftig. Dann ich sag ihm bitte, sagen wir noch einen Beat machen, einen kurzen Beat, einen kurzen Skill mit Scratchen. Mit viel Scratchen. Mit einem Freund da. Can you show Alex something about scratching with your skills, so? What? Um, can you show us some scratching? Ah, yeah, I hear it. Asian, drop the beat. Alright, Asian Styles will drop the beat, okay? Alright, go ahead. Yeah, start. Ah, yeah. Get, get ready. Get, get ready. Get, get ready. One. 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 What? One. Yeah. One. 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 Two. Yeah. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Danke. Das kommt jetzt auf die Webseite und vielen Dank nochmal. Bis dann.